Nervös? Ja, sicher. Ich habe auf diesem Gebiet überhaupt keine Erfahrung. Falls es Sie beruhigt, Luther, ich auch nicht. Es geht um entscheidende Dinge und es ist ein gefährliches Experiment. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, während wir hier warten? Sicher? Wie haben Sie erfahren, dass Kosch tot ist? Es war eigenartig. Ich erwachte aus einem Traum und ich... Ich wusste es. Kosch hatte schon einmal telepathischen Kontakt zu mir aufgenommen. Dadurch war ich wohl sensibilisiert und konnte seinen Tod spüren. Warum fragen Sie? Einfach nur so. Ich fühle mich irgendwie schuldig, weil ich nicht da war, als es passierte. Sie hätten es nicht verhindern können. Niemand hätte das gekonnt. Captain, eine Relingstation im Zielgebiet sendet einen Notruf. Sind das die Schatten? Ja. Also auf mein Zeichen springen wir in den Normalraum zurück. Senden Sie einen Funkspruch zum Minbari-Schiff. Es soll im Hyperraum bleiben, bis wir es rufen. Sind Sie bereit? Ja, Captain. Ich bin bereit. Wir springen, Mr. Lenir. Ich muss auf jeden Fall Sichtkontakt zum Schattenschiff haben. Bringen Sie uns näher ran. Brüder! Nein! 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 Captain, das Schattenschiff endet seinen Kurs. Es fliegt direkt auf uns zu. Ich fürchte, es hat uns geortet. Wir befinden uns gleich in Feuerreichweite des Gegners. Lüther, nehmen Sie sich zusammen. Konzentrieren Sie sich. Ich kann nicht. Sollen wir in den Hyperraum zurückkehren oder das Minbari-Schiff rufen? Lüther. Lüther! Lüther! Kurs! Die Schatten haben ihn umgebracht. Sie haben ihn bruchstäblich zerfetzt. Ich werde euch bestrafen, ihr Ungeheuer! Wie sieht es aus? Es kann nicht weiterfliegen. Wenn Sie etwas unternehmen wollen, müssen Sie es sofort tun. Alle Energie auf die vorderen Geschütze, Mr. Linnier. Wir feuern mit einem gebündelten Energiestrahl. Jetzt! Den Energiestrahl verstärken, Mr. Linnier. Es muss uns doch gelingen, dieses Ding zu zerstören. Für mehr Energie muss ich den Sprungantrieb deaktivieren. Aber wenn ich das tue, können wir anschließend für 20 Minuten nicht springen. Deaktivieren. Wir haben es geschafft, Mr. Linnier. Wir sind auch nur Käpt'n. Ich muss mich nur erholen. Ja. Ja.